Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5 mit der Lüdenscheid-Modifikation auf der Brandstedt-Karte. Ja, wir spielen wieder auf Schlimm 7 Atemschutzlogik an und ich bin fast dafür, dass wir diese Folge mal wieder ein bisschen spannender gestalten. Das heißt, wir werden einfach mal die Einsatzstufe erhöhen und nehmen den Einsatzstopp raus und legen einfach direkt los. Ja, mal wieder ein bisschen mehr Action. Ich habe zwar immer noch so ein bisschen Probleme mit. Ja, ich übernehme jetzt die dritte Folge am Stück quasi auf. Wir haben immer noch den 17. August, an dem ich aufnehme. Wie auch bei den letzten zwei Folgen. Und ich bin halt den neuen Emergency-Teil gewohnt momentan noch und habe so ein bisschen Probleme, mich hier wieder zurechtzufinden. Aber ich glaube, wir kommen schon irgendwie mit klar. Wir haben hier gerade einen Verkehrsunfall mit Fußgängern bzw. Fahrzeug gegen Fußgänger reinbekommen. Der andere Einsatz, was gerade abgeschlossen wurde, ist noch einer von der letzten Folge quasi. Und ja, hier haben wir ein kleines Kindchen, was vor diesem Fahrzeug hier steht. Wurde leider, als das Fahrzeug rausfahren wollte, anscheinend übersehen und angefahren. Wir schicken dafür auf jeden Fall mal, weil es sich hier um Kind handelt, noch das NEF gleich mal mit raus, sicherheitshalber, weil man weiß ja nie. Genau. Und ja, brauche ich sonst noch was? Genau, die Polizei. Ich brauche noch die Polizei hier an der Einsatzstelle und wir kriegen ja gerade ein Einsatz nach dem anderen rein. Wir haben noch eine Vergiftung hier reinbekommen, schicken wir natürlich auch einen Rettungswagen raus und wir haben hier noch ein B2-Gebäudebrand reinbekommen. Und B2-Gebäude ist natürlich nicht ganz so schön. Heiße Angelegenheit auf jeden Fall. So, HLF, HLF, DLK, schicken wir da hin. Weiteres HLF hier, mittleres Löchfahrzeug. Boah, wir müssen auch gucken, dass sich das nicht weiter ausbreitet. Ich parke hier nochmal ein Fahrzeug und noch eine DLK vielleicht hier an der Stelle. Gerätewagen Atemschutz würde ich einfach mal hier hinten hinstellen. Ich bin mal so frech und Rettungswagen einfach mal dahinter, Funkstreifenwagen dahinter. Genauso wie hier machen wir einfach mal dicht und dann mal gucken, wie der Einsatz verläuft. So, wir haben auf jeden Fall schon mal die Polizei hier bei dem Verkehrsunfall. Das heißt, ich lasse die gerade mal umleiten und mache den Heckwarne an. Die haben sogar einen, finde ich cool. Der Polizist kümmert sich gerade mal um die verletzte Person, während der andere die Befragung durchführt. Die Feuerwehr fährt hier immer noch mit halbleerem Tank durch die Gegend. Ich komme irgendwie nicht dazu, den Tank von denen aufzufüllen. Die kamen gerade von einem anderen Einsatz. So, jetzt füllt mal euren Tank auf. Und dann brauchen wir euch gar nicht. Finde ich gut, aber wenigstens füllen die ihren Tank auf. Ja, ich habe sie sicherheitshalber mit alarmiert, falls wir jemanden rausschneiden müssen, aber müssen wir nicht. Das heißt, wir können hier auch mal direkt einen Abschlepper rufen. Rettungswagen ist auch vor Ort. NEF jetzt auch. Wir haben eine Hirnblutung, das heißt, der Notarzt kann sich direkt mal darum kümmern. Das ist eine böse Verletzung. Und hier, die kommen auch gerade von einem anderen Einsatz. Die haben noch den Atemschutz an. Daran erkennt man es eigentlich immer recht gut. Und da wir auf schlimm 7 spielen, tue ich den Verteiler jetzt einfach mal hier hinten hinsetzen, damit wir die Brandausbreitung, ja, versuchen können einzudämmen. Ähm, ist nicht immer ganz so einfach. Wir spielen auch wieder die Open Beta Version 1.0.3. Open Beta 4 habe ich, glaube ich, vergessen in der letzten Folge zu sagen. Oder vielleicht auch bei der vorletzten Folge vergessen zu sagen. Wir sind immer noch in der Open Beta unterwegs. Man sieht es auch an der DLK, die wir haben. Die noch ein bisschen feuerempfindlich ist. Aber das wird sich dann auch noch in der finalen Version sehr wahrscheinlich ändern. Gut. Ups, das wollte ich eigentlich gar nicht gerade. Aber egal. So, Rettungswagen steht auch hier da. Da wird fleißig behandelt. Wir haben hier noch eine Person zu befragen. Den Abschlepper können wir auch schon mal beauftragen. Mit dem, was er machen soll. Dann brauchen wir hier natürlich noch einen Hydranten. Haben wir da einen? Wir haben natürlich keinen, so wie es aussieht. Ja, super. Achso, ich habe die falsche Person noch ausgewählt. Aber das ändert nichts an der Situation, dass hier kein Hydrant ist. Schön. Dann gehen wir an das Fahrzeug hier dran. Das wird jetzt natürlich ganz schön leiden, das Fahrzeug. Ich würde es jetzt mal doppelt anschließen, weil ich möchte die eine DLK noch da anschließen. Und eigentlich wollte ich die andere DLK auch noch hier an das Fahrzeug anschließen. Oh, das wird echt ein Problem werden. Der arme Hydrant, das weiß ich jetzt schon. Oh, und das Gebäude hier brennt mittlerweile auch. Das war eigentlich das, was ich verhindern wollte, weswegen ich den Verteiler da hinten habe aufbauen lassen. Aber die eine Person konnte das nicht verhindern. Ich lasse denen jetzt erstmal das Gebäude löschen, dass der Brand nicht ganz so schlimm wird. Und hier das mittlere Löschfahrzeug nutzen wir jetzt auch mal dafür. Wir haben hier hinten noch einen Hydranten. Da gehen wir natürlich dran. Wir setzen den einen Verteiler, würde ich sagen, auch hier hin. Gleich noch eine Person dran geschickt. Genauso wie hier als dran da. Aber wir müssen auch hier noch natürlich einen Hydranten finden. Da nochmal doppelt anschließen wäre blöd. Wir haben aber hier noch einen großen Hydranten. Wunderbar. Und hier haben wir eine DLK, die ein bisschen feuerresistenter ist. Vielleicht kann ich mit der DLK sogar an das Fahrzeug hier hinten dran gehen. Dann ist das eine Fahrzeug hier nicht so doppelt und dreifach belastet. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Lösung. Die DLK, ups, ich habe gerade wieder den Drehbuck. Jetzt geht es wieder. Die soll erstmal gerade das Gebüsch auch mitlöschen. Das Gebäude können wir früher oder später noch retten. Beziehungsweise, ne, lösch das Gebäude. Da sind noch Personen drin. Verdammt, habe ich vergessen. Äh, Axt. Du Axt. Du Axt. Axt. Machen wir auf die rabiate Art. Wir schlagen einfach die Tür ein. Rennen rein, holen die Leute raus. Werden dann als Held gefeiert. Und, genau, so ist es. So ist der Plan. Mal gucken, ob der Plan aufgeht. So, ich hoffe, der Hydrant hält. Der hält. Wunderbar. Dann müssen wir natürlich gucken. Wir haben die Atemschutzlogik an. Ich klappe gerade mal hier das Fahrzeug auf. Dann haben wir hier einen gewissen Bereich, wo die Leute versorgt werden. Die wahrscheinlich da hinten nicht. Ich übertrage gar mal die Verantwortung an die Maschinisten. Doch, die kriegen auch Luft. Ja, wunderbar. Perfekt. Super. Dann kann die DLK jetzt auch mal das Gebäude da löschen. Wir haben eine Person schon mal rausgeholt. Ist nur die eine sogar. Ja, okay. Dann brauche ich nur einen Feuermann, der mir die Person gerade mal zum Rettungsdienst bringt. Ich rufe sicherheitshalber schon mal ein NEF. So, die haben fleißig abgelöscht. Fahrzeugtanks sind in Ordnung. Ja, der hier wird natürlich ein bisschen arg leer gejuckelt. Ja, wir haben es doppelt an dem einen Hydranten angeschlossen. Aber natürlich, ja, wir haben hier drei Leute am Verteiler dran. Wir haben gleichzeitig noch dieses Fahrzeug hier dran. Und dieses Fahrzeug speist auch noch die DLK ein. Und bei diesem Fahrzeug sind auch drei Leute angeschlossen mit dem Verteiler. Also, dass die vielleicht, äh, oder das Fahrzeug hier ein bisschen Wasser verliert, das kann man, glaube ich, dann verstehen. Das ist ein bisschen übertrieben. Okay. Hat hier mal die Person aufgenommen? Jawohl. Wunderbar. Bring die mal zum Rettungsdienst. Hier hinterher ist der Sammelpunkt. Ähm, ansonsten. Feuer sind aus. Wir müssen die Tür noch verschließen. Kriegen wir hin. Gut, wir räumen jetzt hier erstmal die Stelle leer, weil das gibt ein großes Chaos. Hier haben wir alle befragt. Der Abschlepper steht im Rettungswagen drin. Schöne Sache. Die Feuerwehr ist voll betankt mit Wasser. Die kann also losfahren. Was haben wir nochmal als Verletzung? Hier Blutung. Okay, dann wird der Notarzt begleiten müssen. Die Polizei kann aber auch schon mal wieder auf Streife gehen. Die brauchen wir aktuell hier nicht mehr. Und, ja. Gut. Hier können wir die Feuerwehr eigentlich komplett zusammenpacken lassen. Sobald die Person liegt. Nicht, dass die aus der Sehne wieder mitgeschliffen wird auf die Wache. Das muss nicht sein. Ich brauche aber hier noch die Polizei. Wir müssen die Tür noch verschließen, bevor ich es wieder vergesse. Da kommt der Notarzt. Ja, mal gucken, ob wir den brauchen. Ich habe jetzt einfach sicherheitshalber, weil die Person doch lange im brennenden Gebäude drin war, einfach mal mit alarmiert. Schadet nicht. So, die werden sich hier hoffentlich einig irgendwann. Genau, jetzt ist die Straße wieder frei. Dann kann der fahren. Dann könnte theoretisch der fahren. Dann könnte es hier weiter fließen. Und er könnte weiter. Ob das die KI hier hinbekommt, keine Ahnung. Das sehen wir gleich. So, der fährt weg. Andere Fahrzeuge hat sich aufgelöst. Wir fahren erstmal frontal in die Müllabfuhr rein. Warum nicht? Wer kann, der kann. Und verursachen ein weiteres Verkehrskrausgut. Da hat sich das Müllfahrzeug auch aufgelöst. Somit ist die Straße wieder frei. Das haben wir alles abgearbeitet. Das heißt, das machen wir zu. Der Einsatz ist fertig. Machen wir auch zu. Gebäudebrand. Würde ich jetzt sagen, die Person liegt nämlich da hinten mittlerweile. Gehen wir gerade erstmal mit dem Sunny dran. Und hier drücken wir einfach mal die Taste U. Dann werden alle Feuerfahrzeuge zusammenpacken. Genau, wir sehen es gerade. Die sind hier fleißig am Wegpacken. Und ich kann vielleicht noch in der Zeit ganz kurz ein Foto machen. So, Maus noch aus dem Bild bringen. Eine coole Kirsche da hinten im Hintergrund drauf. Ist zwar leider, kann man von unten auch durchs Dach durchgucken. Aber, naja. Ist so wild. Parken wir einfach die Kirsche wieder zu. Dann nervt es keinen. So, das Fahrzeug könnten wir auch mal ablichten. Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht so wirklich. Das mittlere Löschfahrzeug. Haben wir hier hinten stehen. Ein schöner MAN. Ich mag ihn. Ich mag die Marke. Das sage ich ja immer wieder. Auch bei Bussen, LKWs. Ich finde die einfach optisch am schönsten. Ob die Fahrzeuge natürlich gut oder schlecht sind, kann ich nicht beurteilen. So, wir brauchen hier auf jeden Fall keinen Notarzt. Das heißt, der kann schon wieder weg. Die Polizei schicken wir auf Streife. Hier wird ja alles weggepackt automatisch. Die sind dabei. Die Polizei schicken wir auf Streife. Und wir kriegen direkt mal B3 rein. Explosion Gebäude. Schöne Sache. Okay. Dann gehen wir wieder auf die Stichwort-Alarmierung. B3. Und sagen ELW. Du da. Der nächste ELW. Du da. HLF. Da. LF. Da. DLK. Im Boden. Mit der Schnauze drin. So am besten. HLF. Mittleres Löchfahrzeug. Weiteres HLF. DLK würde ich gerne hier oben auch noch parken. Warum nicht? Gerätewagen Atemschutz. Parken wir einfach mal hier. Rettungswagen. Kann hier die Spur mal dicht machen. Weiter Rettungswagen würde ich sagen. Mach die Spur hier mal dicht. Ich will hier extra zu haben. Nicht wundern. NEF. Parken wir dahinter. Funkstreifenwagen. Quer. Einmal dort. Einmal hier. Und dann. Ja. Mal gucken. Wie weit sich das Feuer ausbreitet auf Schlimm 7. Der Einsatz war eigentlich auch jetzt komplett fertig, nachdem wir die weggeschickt haben. Somit machen wir das zu. Dann haben wir nur noch den Einsatz offen. Die DLK von der Werkfeuerwehr aus der Beta. Das ganz neue Fahrzeug ist als erstes hier am Einsatzort. Das schöne Fahrzeug. Ich mag es irgendwie. Ich finde es hat ein schönes Design. So. Elvi ist auch schon da. Die DLK baut schon mal auf. Während die anderen Fahrzeuge noch auf der Anfahrt sind. Die Polizei macht schon mal dicht. Die ist auch schon da. Gerätewagen Atemschutz ist gerade angekommen. Und ein Fahrzeug, mit dem ich anfangen kann zu löschen, ist auch angekommen. Die kommen jetzt alle gerade von dem anderen Einsatz. Die fahren gerade einfach hier weiter. Quasi zum nächsten. So. Die DLK soll sich dann mal bei dem Fahrzeug bedienen. Weil die kann sonst nicht löschen. Und wir gehen gerade mal. Haben wir hier sonst noch irgendwo einen Hydranten weiter weg? Ne. Boah. Wir haben hier voll den Hydrantenmangel. Wir haben hier voll den Hydrantenmangel. Das ist nicht gut. Okay, da ist noch einer. Das ist, äh, macht's spannend. Okay, die bauen gerade die Wasserverbindung auf zur DLK. Dann gucken wir mal hier. Ja, der Brand hat sich schon aufs nächste Gebäude ausgebreitet. Deswegen habe ich den Verteiler schon so ein bisschen weiter hinten hingelegt. Okay, die DLK will irgendwie gerade nicht hier hinten hinfahren. Das wäre aber echt schön, wenn die da hinfallen würde. Das mittlere Löchfahrzeug. Weil mit der DLK können wir auch wunderbar von da oben löschen. Haben wir hier oben noch irgendwo einen Hydranten? Wir hätten da hinten einen. Und da an der Seite auch noch. So, setzen wir auch nochmal hier. Gehen wir da dran. Die DLK soll sich hier mal Wasser holen. Schließen wir erstmal an. Die ist angeschlossen. Die kann also löschen. Die soll gerade mal hier hinten das Gebäude erstmal anfangen zu löschen. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Wasserversorgung haben, glaube ich, auch alle soweit. Jetzt müssen nur mal alle Leute anfangen zu löschen ganz fleißig. Und dann kommen wir ganz gut voran. So, da sagen wir auch aufbauen. Ja, ich hoffe mal, das Feuer breitet sich nicht nach hier oben hin aus. Aber das haben wir gleich aus. Dann geht es dann da weiter. B0, Busch, Baumbrand. Schauen wir mal ein LF raus. Löschgruppe Friedens. Freiwillige Feuerwehr. Macht sich jetzt auf den Weg dahin. So, das eine Fahrzeug verliert natürlich jetzt gerade ein bisschen mehr Wasser, weil das Fahrzeug ist da angeschlossen und so weiter. Das nuckelt alles ein bisschen viel an dem Fahrzeug. Ich gehe hier gerade mal doppelt an den Hydranten. Oh, haben wir vielleicht da hinten sogar noch einen? Da hätten wir einen, aber der ist zu weit weg. Aber die würden da dran kommen, habe ich übersehen. Na gut, kriegen wir schon hin. Vielleicht noch bitte den Baum. Der gefällt mir von der Ausbreitung her weniger als der da. Wenn der weg ist, wurscht. Aber der kann das andere Gebäude wieder anzünden und vielleicht sogar das Gebäude hier oben. Und das wäre fatal. So, die Häuser haben wir abgelöscht. Das ist nur noch das Kleinkram, was hier am Brennen ist. Somit haben wir das eigentlich gut geschafft. So, das wäre doch auch ein schönes Foto, oder? Ja. Polhäusliche Gewalt. Polhäusliche Gewalt. Alles klar. Kümmern wir uns gleich drum. Erstmal müssen wir hier aufräumen. Die packen alle weg. Verletzte Personen haben wir keine. Das heißt, die Rettungswagen aus der Wache 4 können wieder wegfahren. Die können wieder weg. Die schicken wir auf Streife. Ansonsten müssten eigentlich alle jetzt zusammenpacken. Gehört. Da warten wir noch, bis die freiwillige Feuerwehr da ist. Und hier haben wir die häusliche Gewalt. Da schicken wir gerade mal die Polizei hin. Erstmal nur mit einem Wagen, würde ich sagen. Ich habe zwar jetzt zweimal draufgeklickt gehabt, aber wir schicken erstmal nur einen Wagen. Dadurch, dass ich ja gerade zwei auf Streife geschickt habe, müssten die eigentlich schnell da sein. Wobei, der fährt gerade stur weg. Und der auch. Aber wir haben anscheinend auf der anderen Seite noch einen Wagen in der Nähe gehabt. Oh, PKW-Brand. Ich hoffe, es ist keine Person mehr drin. Doch, mit Personenschaden. Gut, dann HLF. Sofort ausrücken. Hierhin müsste sogar noch in der Nähe sein, weil die gerade vom anderen Einsatz wegfahren. Und wir brauchen Rettungsdienst. Rettungswagen plus NEF. Rettungswagen kann man hier parken. NEF dann daneben. Polizei schicken wir natürlich auch noch raus. Brauchen wir. Oder brauchen wir auch nicht mehr in der Open Beta, weil man könnte auch theoretisch einfach so in den Alarmierungsmenü einen Abschlepper losschicken. Aber wir machen das noch ganz klassisch über die Polizei. So, genau. Die sind dabei. Das läuft bei denen. Nach Alarmierung. Nach Alarmierung. Noch weitere Polizisten benötigt. Gut, dann schicken wir noch einen Streifenwagen hierher. Das ist der, der beim Brand war. Und hier müssen wir jetzt auch endlich mal anfangen zu löschen. Ich stehe hier als Geisterfahrer auf der Straße. Ich wollte nicht ganz so nah an dem Baum parken. Habe ich extra gemacht. Stehen wir zwar im Gegenverkehr, aber ist wurscht. So, die Polizei wäre schon mal hier. Rettungswagen wäre auch schon mal da. Notarzt kommt aus der Wache 4. Der braucht noch ein bisschen. Und ja, hier wird noch fleißig weggeräumt an der Straße, wo es gebrannt hatte. Da laufen ein paar Leute einen kleinen Umweg. Egal, passt schon. Kriegen sie hin. Hoffentlich. So, die fangen jetzt gleich an zu löschen. Schön. Hier warten wir jetzt noch auf die Feuerwehr. Ich habe eigentlich gedacht, die sind schneller da. Aber anscheinend nicht. Ich habe anscheinend kein Fahrzeug alarmiert, was gerade am Wegfahren ist. Ja, wir haben außenrum überall Feuerwehr gerade im Einsatz. Aber aus der Feuerwache 22, äh, nee, 23 kommt gerade erst das Fahrzeug gefahren. Das ist am weitesten weg. Also ich könnte auch theoretisch jetzt gerade einfach nochmal sagen, komm, HLF ist all das bald über Funk, ist näher dran. Soll es gerade mal losfahren nochmal, rumdrehen quasi, beziehungsweise steht hier oben an der Kreuzung, an der Ampel. Jetzt rückt es aus quasi oder fährt nochmal los zu dem Einsatz. Die sind einfach schneller da. Das, von der freiwilligen Feuerwehr parken wir gerade nochmal um. Die kommen trotzdem jetzt angefahren. Die hatte ich zuerst alarmiert. Die lasse ich auch jetzt herfahren. Aber wir können so schon mal wenigstens den Brand eindämmen, bis dann die freiwillige Feuerwehr da ist. Die ist aber jetzt auch wahrscheinlich in wenigen Sekunden da, so wie es aussieht. Aber so habe ich wenigstens versucht, ein bisschen Zeit rauszuholen und da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Person weniger verletzt ist. Das mittlere Löchfahrzeug fährt gerade auch noch vorbei. Jetzt hören wir schon die freiwillige Feuerwehr. Ja, hier muss jetzt noch einen kleinen Bogen fahren. Kommt jetzt auch gleich auf den Parkplatz hier drauf. Da haben die Kollegen hier wenigstens schon mal angefangen zu löschen. Da kommen sie. Denken sie jetzt, scheiße, die Werkfeuerwehr war schneller. Oder, ju, wir müssen nichts machen. Ich weiß es nicht. Ach, komm. Ja, eigentlich braucht ihr wirklich nichts machen. Wir könnten hier die Feuerwehr mit einem Spreizer ausrüsten. Ja, dürfen die, die löschen das Fahrzeug, fahren dann weg und die anderen Kollegen, die kümmern sich drum, dass da die Person rausgeschnitten wird. Das ist doch schöne Arbeitseinteilung, oder? Die einen machen sich nass und die anderen arbeiten dann trocken und sauber und schneiden das Fahrzeug auf. B0, Busch, Baum, Brandt. Busch, Baum, Brandt. Mit dem Baum sind wir übrigens fertig. Das heißt, ihr könnt zusammenpacken. Busch, Baum, Brandt. Ja, bestimmt Kippe weggeworfen. Einer von beiden. Ich weiß es genau. Einfach so schön eine Unterstellung machen. Ja. Gut. So, eine Person ist befreit. Würde ich jetzt gerne einen Abschlepper rufen. Oh, habe ich die wieder einsteigen lassen? Jetzt habe ich beide einsteigen lassen, aber warum ist der eine wieder eingestiegen? Hm. So. Könnt dann kommen. Ihr könnt auch wieder wegfahren, aber jetzt wird es Zeit für den Rettungsdienst. Viel Spaß. Gut, das haben wir. Da sind wir dabei. Das ist prima. Viva Colonia. Ich glaube, ich muss irgendwie meinen Schreibtischstuhl mal ölen. Irgendwie bei jeder kleinen Bewegung puffst dieser Schreibtischstuhl. Ich weiß nicht, ob man das in den Videos hört. Aber sobald ich mich mal so ein bisschen nach hinten lehne. Hey, das quietscht und knarzt das Ding. Na gut, ist halt so ein Ikea-Ding. Aber dafür muss ich sagen, der ist eigentlich für so billig Ikea-Schreibtischstuhl ist der eigentlich. Oder Bürostuhl ist der eigentlich voll in Ordnung. Hat länger gehalten, als so manch anderer, der doppelt so teuer war. Also das ist schon gar nicht so schlecht. Einiges, was der halt wirklich macht, ist rumquietschen und rumpupsen die ganze Zeit beim Bewegen. Aber gibt Schlimmeres. Ansonsten noch voll in Ordnung. So. Verdammt knappe Sache hier, aber der Notarzt ist dran. Das heißt, wir werden in wenigen Sekunden wahrscheinlich die Person wieder stabilisiert haben. Hier wurde die Person festgenommen. Es war der Mann. Ich wusste es. Okay, ein richtiges Fahrzeug ausgewählt. Dann können die auf Streife gehen. Die fahren zurück zur Wache. Die fahren auf Streife. Ein bisschen spät stehen geblieben hier, Kollege. Egal. So, wie sieht es hier aus? Feuerwehr ist da. Schnell an den Griff. Bast. Jawohl, Notarzt hat die Situation geklärt. Perfekt. Und das hier ist eigentlich auch abgeschlossen. Muss ich hier wieder? Ne, muss ich nicht. Hab grad gedacht, ich muss die Tür noch abschließen. Aber nö. Die Frau ist ja auch noch zu Hause. Also muss ich nicht. Ja, schon ausgepinkelt. Wasser haben wir so gut wie keins verloren. Wir fahren einfach direkt weiter. Wir fahren einfach direkt zurück. Oha, wie viel Polizei hier gerade unterwegs ist auf der Straße, auf der einen. Eins, zwei, drei. Beziehungsweise davor war auch noch eins. Vier. Alle auf der gleichen Straße unterwegs. Das schickst du alle auf Streife und gefühlt sind alle dann auf einer Straße unterwegs. So, der Abschlepper ist da. Der macht es genauso kompliziert, wie ich immer mit der DLK parke. Also das ist... Er parkt auch so, dass er eigentlich da gar nicht drankommt. Und ich parke immer die DLK, sodass sie eigentlich ja nicht den Korb heben kann. Ich könnte hier beim... Beim Schwintech könnte ich arbeiten. Bergungsdienst. Ja, war's für mich. Perfekte Parkposition. Sich schön das Leben schwer machen. Na gut. Irgendwie die OBS-App auf meinem Tablet will ich gerade nicht. Komm, geh wieder an. Geh wieder an. Auf. Jawohl. Wahrscheinlich ist ein Tablet auch zu warm. Ich weiß jetzt nicht, wie warm es hier ist. Ich frage gerade mal Alexa. Alexa, wie viel Grad sind in dem Wohnzimmer? Die Temperatur von Wohnzimmer ist 26,9 Grad. Ah, 26,9. Fast 27. Hitzefrei! Nein. Früher Schule war es, glaube ich, immer so. Gegen 10 oder 11 Uhr musste 27 Grad im Schatten sein, aber hitzefrei. Ich weiß gar nicht, gibt es das überhaupt noch? Ich glaube, hitzefrei gibt es gar nicht mehr, oder? Ey, ich habe keine Ahnung. Muss ich mal meine kleine Schwester fragen? Ich weiß es nicht. Aber es war immer so geil, wenn man in der Schule war, das war so ein warmer Tag. Man hat einfach immer dann zu allen möglichen Göttern gebetet, dass es hitzefrei gibt, damit man früh heimgehen kann. Es war schon immer eine Zeit. Ich weiß nicht, ob es noch so in der Art gibt. Ich glaube nicht. Man hat erstmal immer heim gestimmt, wenn es dann hieß, ja, es gibt hitzefrei. Juhu! Genauso wie man immer gebetet hat, wenn es irgendwie im Winter mal geschneit hat, dass die Schule ausfällt. Dann hat man immer morgens Radio gehört und hat sich dann die Schule durch, beziehungsweise die Schulen angehört, die alle geschlossen haben wegen Schnee. Hat man auch immer vor dem Radio gesessen und hat zu Gott gebetet, auch wenn man nicht gläubig ist und hat gehofft, dass sie Schule zu hat. Ja, aber meistens bei uns dann, es waren immer alle Schulen im Umkreis geschlossen, außer die Schule, auf die ich gegangen bin. Das ist so toll. Hat mich immer so aufgeregt. Ja, und dann war es geile stellenweise, ja, die Schule war offen, aber die Busse sind nicht gefahren. Wo ich auch mir dann so gedacht habe, ja geil. Jetzt kommt hier kein Bus. Ich stehe an der Bushaltestelle, die Busse fahren nicht, weil denen zu viel Schnee liegt, die riskieren es nicht, aber die Schule hat offen, also bin ich verpflichtet, da hinzugehen. Da ging es halt immer darum, dann die Eltern irgendwie, dass man die nochmal, dass man nach Hause gelaufen ist, hat dann gesagt, Mami, kannst du mich bitte in die Schule fahren? Ja. Dann ist man halt da hingefahren worden. Oder man ist halt dann hingelaufen. Also als Grundschüler ging das noch, und Hauptschüler, da war die Schule noch im Ort, aber bei Berufsschule war es dann schon ein bisschen schwieriger. Achso, ich habe ja hier den Diebstahl offen und gucke die ganze Zeit bei dem anderen Einsatz zu. Ich habe es heute nicht mit diesem Diebstahl. Die kenne ich gar nicht mehr. So etwas gibt es in den neuen Emergency gar nicht mehr. Aber jetzt mal ernst, so etwas gibt es gar nicht mehr, oder? Da hast du ständig eigentlich nur Schießereien, irgendwelche Leute mit AKs auf der Straße oder mit MPs. Aber so Einsätze, wo du Täter verfolgen musst, gibt es da eigentlich gar nicht mehr, obwohl eigentlich die Map groß genug wäre. Oh. Verbrennung vierten Grades. Das hätte ich vielleicht auch mal vorher gucken können. Aber macht nichts. Wir wissen ja alle, wenn die Personen einmal transportfähig gemacht sind, wird das hier nicht mehr schlimmer. Wir haben ja noch ein gebrochenes Bein. Gucken wir gerade mal danach. Und hier gucken wir jetzt auch mal, der rennt wirklich hier rüber. Ich habe gar nicht gedacht, der Streifenwagen ist auch mit Blaulicht unterwegs. Gut, jetzt haben wir ein bisschen arg weit vorgezielt. Wir bleiben einfach mal hier stehen, dann ist die Straße frei, zücken unser Pfefferspray und rennen mit Handschellen auf ihn zu und klatschen ihn ab. Genau. So, okay. Da brauchen wir also einen Hubschrauber. Dann könnte ich den eigentlich schon mal losschicken. Stimmt, Rettungshubschrauber gibt es auch nicht mehr im neuen Teil. Aber da sollen ja noch Fahrzeuge nachkommen. Darf man ja auch nicht vergessen. Man hat jetzt... Man hat jetzt quasi die Standardfahrzeuge zur Verfügung, aber halt sowas wie Hubschrauber oder andere Spezialkräfte, die gibt es halt nicht. Ich sage mir jetzt nicht, dass die Polizisten beide an dem vorbeigelaufen sind und sind da stehen geblieben. Boah, das gibt später noch ein Gespräch mit dem Chef. Beide, entweder habe ich vorbeigeklickt oder beide haben ihre Arbeit verweigert. Oder er hat sie einfach ausgetrickst. Er hat seine Augen zugehalten und hat gesagt, was ich nicht sehe, ist auch nicht da und ist weitergerannt. Das kann natürlich sein. Da waren die Polizisten verwirrt. Das kann sein. Klingt logisch. Oder? Kennt doch jeder. So, wir haben ihn gefeffert auf jeden Fall. Ich bleibe jetzt hier dabei. Sonst rennt er mir noch über die komplette Map spazieren. Aber das muss ich ja sagen, das ist eine Sache, die finde ich im neuen Emergency irgendwie vollkommen geil. Diese neuen Schießereien. Ja, dass die Polizisten dann da in Deckung springen, das SEK dann da mit MPs rumballert und dann kommst du mit mehr Polizeieinheiten hin. Die rennen dann in eine andere Deckung, flankieren und dann ergeben die sich. Da musst du die mit der Polizei festnehmen und wegbringen. Deswegen finde ich wirklich, also das finde ich wirklich richtig cool im neuen Teil. Genauso mit der Windrichtung. Das finde ich ganz cool eigentlich. Dass man jetzt Windrichtung hat und sich die Brände halt in die Richtung ausbreitet, wo der Wind halt hinpustet. Finde ich auch eine coole Sache. Und der Wind ändert halt ab und zu seine Richtung. Wir haben ihn einsetzen. So, fahren wir rückwärts bis zu dem Hubschrauber. So, damit sind wir dann eigentlich gleich fertig, sobald er gelandet ist. Der kann auch schon mal los, dann ist das abgehakt. Der Diebstahl ist fertig. So. So. Gut. Er hat die Person übernommen. B1 PKW Brand. Warum ist der Einsatz jetzt fehlgeschlagen mit dem Hubschrauber? Die Person war transportfähig. Der Zustand verschlechtert sich dann nicht. Wir haben die Person noch hier. Aber der Einsatz ist gerade aus irgendwelchen Gründen fehlgeschlagen. Die Person lag selbst noch auf der Trage. Der Hubschrauber bringt die auch gerade noch ins Krankenhaus. Aber der Einsatz ist gerade fehlgeschlagen. Es gibt auch kein Zeitlimit für die Einsätze. Also man kann so lange brauchen, wie man eigentlich möchte. Warum der jetzt fehlgeschlagen ist? Keine Ahnung. Manchmal hat man so Einsätze, die laufen ein bisschen merkwürdig. Aber ist auch nicht schlimm. Ist auch nicht schlimm. Ich würde eh sagen, das ist jetzt einer der letzten Einsätze, die wir jetzt noch abarbeiten hier. Und dann kommen wir zum Ende. So, haben wir die Fahrzeuge hier, die wir alle brauchen. Das gebrochene Bein. Das ist im Krankenhaus angekommen. Mal gucken, ob es gleich fehlschlägt. Nein, natürlich nicht. Ja, und das ist was, was in jedem Emergency vorkommen muss. Der fette Donut. Haben wir schon im Neuen gesehen. Ja, also es gibt auf jeden Fall Sachen, wo ich sage, ja, die sind richtig cool gemacht im neuen Emergency. Auch das, wenn jetzt irgendwie eine Geiselnahme oder so ist, was es auch gibt, ja, musst du auch dann nicht da durchballern quasi mit deinen Polizisten, die da in Deckung rumspringen und rausschießen. Ähm, es ist nicht alles schlecht an dem Spiel. Und dafür das Free-to-Play ist, es ist richtig geil. Ja, muss man einfach sagen. Ich würde es wirklich jedem empfehlen. Ich sage es fast in jeder Folge eben. Es ist ein kostenloses Spiel. Wenn ihr den Computer habt, wo es drauf läuft, ladet es euch runter. Zwingt euch mal eine Stunde, es zu spielen. Und dann sagt mal, ob ihr es gut findet oder schlecht. Man muss sich am Anfang wirklich erst dran gewöhnen. Gerade wenn man das Spiel hier kennt mit den Modifikationen, wie geil das eigentlich ist. Dann ist das neue Emergency wirklich erstmal ein Kampf und eine totale Umstellung und nervt einen ein bisschen. Aber wenn man dann so sich da mal richtig reingespielt hat und auch weiß, wie man da vorgehen muss über allem, wie alles funktioniert. Dann ist das eigentlich am Ende voll cool. Also es ist schon interessant. Man hat auf jeden Fall was Interessantes geschaffen. Aber das heißt nicht, dass ich mir jetzt keinen Emergency 6 wünschen würde. Nein, ich wünsche mir auch immer noch einen Emergency 6. Mit schöner Grafik, ja, schönen Spielmechaniken. Auch diesen Mechaniken drinnen mit dem Wind, vielleicht auch mit diesen coolen Schießereien und so. Aber halt nach dem Spielprinzip von diesem Emergency hier. Ja, auch mit Kampagne dabei, Story-Mission und so weiter. Und Freeplay natürlich, wie hier. Und Modding-Unterstützung. Das wäre natürlich ein großes Träumchen. Habe ich ja auch schon in anderen Folgen gesagt. Ich glaube, im Thermos-Simulator hatte ich da drüber gesprochen mal. Das ist halt sowas, was ich und die Community sich, glaube ich, wünschen würde. Und ich würde es halt gut finden, wenn die Entwickler jetzt das Geld, was sie mit Emergency HQ einnehmen, mit den In-Game-Käufen und mit Emergency, den neuen Teil für PC. Wenn sie das Geld nehmen, was sie da verdienen und stecken das irgendwie in die Entwicklung von Emergency 6 rein. Das wäre wirklich ein Traum. Das wäre wirklich ein Traum. Also ein richtiges Emergency. Weil das neue Emergency, es ist kein richtiges Emergency. Man müsste es irgendwie anders nennen. Dann wäre auch die Rezession, ich wette mit euch. Wenn man einen anderen Namen gewählt hätte für diesen Titel. Und nicht nur einfach Emergency. Ich wette, dass der Titel lauter positive Bewertungen hätte. Auf Steam. So, dadurch, dass die Leute natürlich jetzt alle was anderes erwartet haben, wenn man sich da vorher nicht mit beschäftigt hat. Dadurch ist dieser Titel größtenteils negativ auf Steam bewertet. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Ich muss nachher nochmal reingucken. Aber am Release-Tag war es einfach leider so. Was wirklich schade ist. Weil das hat das Spiel eigentlich nicht verdient. Kann ich nur immer wieder sagen. Habe ich jetzt auch schon die letzten Folgen gesagt gehabt, schon mehrmals. Ich halte jetzt die Klappe. Das sind einfach so Herzensthemen, die ich dann gerne anspreche. Was heißt Herzensthemen? Aber Sachen, wo man einfach so ein bisschen mal drüber reden muss. Ja. Weil viele auch direkt von Anfang an dieses neue Emergency boykottieren. Was ich ja auch verstehen kann, weil es kein richtiges Emergency ist. Aber ich finde, man sollte dem Spiel eine Chance geben. Und man sollte es nicht als Emergency 6 sehen. Sondern man sollte es als irgendwie ein anderes Rettungsspiel sehen. Wenn man es als ein anderes Rettungsspiel sieht, dann ist es ganz cool. Die Entwickler sagen ja selber, es ist kein direkter Nachfolger. Oder ja, kein direkter Nachfolgeteil von Emergency 5. Also die sagen selber, es ist eigentlich was anderes. Deswegen muss man es einfach mal ansprechen. Die haben sich glaube ich so ein bisschen selber mit dem Namen, mit der Namensgebung ein bisschen selber ins Fleisch geschnitten. Ich will gerade mal nebenbei googeln. Die Steam-Rezession. Wollte mal nachschauen, wie es mittlerweile ist. Vielleicht haben sich ja mittlerweile die Leute gefangen, die am Anfang schockiert waren, dass das so ein komisches Emergency ist. Oder so ein anderes Emergency. Rauchgasvergiftung haben wir hier. Okay. Oh Gott, diese Steam-App auf dem Handy, die nervt mich auch manchmal. Wenn ich jetzt was google, seitdem die Steam-App neu gemacht habe. Ich bin ja froh drum, weil vorher war die ja komplett kacke. Mittlerweile ist sie nur halb kacke. Wenn man auf Google ein Spiel eingibt und tippt das Steam dahinter, dann kriegst du den Steam-Link angezeigt. Und wenn man dann das erste Mal auf den Link klickt, crasht quasi die Steam-App. Zeigt dir nichts an. Kommt ein Fehler auf. Wenn du dann aber nochmal zurückgehst, klickst nochmal drauf, funktioniert die Seite. Funktioniert die App. So, gucken wir doch gerade mal nach. Emergency von 16 Tons Entertainment. Habe ich mehrmals versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen, weil ich für die Thumbnails quasi das richtige Logo haben wollte. Aber ich muss mir das jetzt selber rausbasteln, weil die ignorieren mich einfach. Die antworten mir nicht. Aber anderes Thema. Ja, steht tatsächlich immer noch auf Mostly Negative. Das heißt immer noch größtenteils negativ, was es halt eigentlich wirklich nicht verdient hat. Weil wenn das wirklich nicht als Nachfolger von dem normalen Emergency gilt und eigentlich was anderes ist, unter dem Gesichtspunkt ist es schon was Gutes. Wenn man aber jetzt wirklich von einem direkten Nachfolger von Emergency 5 ausgeht, dann ist dieses Spiel eine Katastrophe. Und dann passt die Rezession auf Steam. Oder die Rezession passend dann. Deswegen glaube ich, die Entwickler haben sich wirklich mit den Namensgebungen selber wirklich ziemlich ins Ausgeschossen aktuell. Und ich hoffe, ich muss ja ehrlich sagen, ich hoffe es ja so ein bisschen, dass dieser Skin-Shop ein bisschen boykottiert wird. Dass der so wenig genutzt wird, dass die Entwickler sagen, ach, wir müssen was machen, um Geld zu verdienen, müssen wir die Preise senken, damit die Leute was kaufen. Ich hoffe, dass es so ist. Ich hoffe jetzt nicht, dass wirklich jeder sich da irgendwie hunderte Skins kauft und so viel Geld da investiert. Weil man muss irgendwann, muss man den, irgendwann muss man den Spieleentwicklern auch mal sagen, bis hierhin. Und weiter geht's nicht mehr. Ab da ist Schluss. Das Problem ist ja gerade auch bei großen Publishern wie EA und was weiß ich, die hauen da immer Spiele raus, wo sich kaum was geändert hat. Aber Hauptsache ein neues Spiel rausballern, damit man Geld verdient. So funktioniert das halt nicht. Man muss halt auch, man muss halt auch ein bisschen was bringen. Ja, das, genau so mit diesen Ingame-Käufen halt, das ist ein Unding. Ja, wenn man, man müsste das eigentlich so sehen, dass wenn man alle Ingame-Käufe hat, dass man dann von mir aus einen Vollpreistitel sich kaufen kann. Das heißt, alle Sachen, die man da kaufen kann in dem Shop für 60 Euro, 30, 40, 50, 60 Euro, sowas in dem Dreh, wäre ich voll, wäre voll okay gewesen. Ich sag ja, der neue Emergency-Teil hätte für mich persönlich so einen Wert zwischen 20 und 30 Euro. Wenn ich da aber jetzt, um mir schöne Fahrzeuge, deutsche Fahrzeugskins da reinzuholen, 100 Euro bezahlen muss, ist das für mich viel zu teuer. Frech teuer. Und deswegen hoffe ich, dass das irgendwie so ein bisschen boykottiert wird von der ganzen Emergency-Community und allen Emergency-Spielern, damit die Entwickler merken, das ist viel zu frech gewesen, so hohe Preise da anzusetzen. Deswegen habe ich mir auch noch nichts gekauft. Ich will diese ganze Sache erstmal beobachten. Ich will diese ganze Sache erstmal beobachten, bevor ich mir da irgendwie anfange, Skins zu kaufen. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Wie sich dieses ganze Projekt sowieso noch an sich weiterentwickelt. Bin ich sehr gespannt. Ich kann ja als Entwickler mal so einen Titel bringen. Free-to-Play mit Ingame-Shop und so weiter. Wenn man dann aber wieder mal beim nächsten Teil dann wenigstens wieder zurückkommt zu dem Grundgedanken von Emergency mit der Modding-Community dahinter, die die Spiele eigentlich jahrelang am Laufen gehalten hat und so weiter. Ich hoffe, dass man zu diesem Grundgedanke wieder zurückkommt und nicht ständig nur an Geld, 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 Geld denkt. Ja, wir wollen jetzt genau so einen Goldesel irgendwie haben wie alle anderen Spieleentwickler oder großen Publisher. Das läuft halt irgendwie nicht. Man merkt halt immer mehr, dass die Gaming-Community so ein bisschen die Schnauze voll hat von diesen ganzen Sachen. Also es läuft leider in eine negative Richtung. Aber gut, wir werden sehen, wie es weitergeht die nächsten Jahre in der Gaming-Branche. Ob sich das mal wieder ein bisschen anders entwickelt. Ob die großen Publisher alle auf die Fresse fliegen und mal vielleicht ein paar kleinere vorantreten. Und Entwickler, kleinere, die vorankommen vielleicht, weil sie mehr auf die Community hören oder einfach ein bisschen menschlicher alles gestalten und nicht nur Geld, 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 Geld einfahren, sondern auch einfach Spaß in dem Projekt haben und dieses Projekt lieben und mit Herz und Seele da dabei sind, würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Na gut, ja, wir haben den Einsatz abgeschlossen. Genug geplabbelt jetzt. Ich würde sagen, wir kommen ans Ende der Folge. Der hier ist soweit fertig. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Gerne wie immer euren Senf dazu in die Kommentare, zu den Gesprächsthemen in die Kommentare geben. Würde mich sehr interessieren. Ja, gerne auch den Kanal natürlich abonnieren. Würde mich auch über eine Mitgliedschaft sehr freuen. Würde sehr weiterhelfen. Und ja, gerne auch die Videos teilen oder den Kanal teilen und Leute animieren, zu abonnieren, Videos zu schauen. Würde dem Kanal sehr weiterhelfen. Würde mich auch mega freuen und motivieren, hier schöne Videos weiter rauszubringen. Genau. Jawohl. Dann hoffe ich. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Macht's Beste draus. Euer Tommy. Tschüss.